Die Umfragewerte von US-Präsident Donald Trump sind im Keller. Die Demokraten haben schon jetzt die Zwischenwahlen im kommenden Herbst im Auge. Dabei will der US-Milliardär Tom Steyer seinen Beitrag leisten und junge Wähler mit einer Millionenkampagne für die Demokraten mobilisieren. Ich kämpfe dafür, Donald Trump aus dem Amt und von der Macht zu verdrängen. Und das fängt damit an, das Abgeordnetenhaus 2018 zurückzuerobern. Der 60-Jährige hat seit 2016 bereits mehrere Millionen Dollar in politische Kampagnen investiert. Für seine neue Initiative Next Gen Rising will er nach eigenen Angaben 30 Millionen Dollar in die Hand nehmen. Er selbst strebt in diesem Jahr nach eigenen Angaben kein politisches Amt an. Im vergangenen Jahr hatte Steyer eine Kampagne zur Amtsinhebung des Präsidenten gestartet. Die Petition fand inzwischen mehr als vier Millionen Unterstützer. Die Petition fand inzwischen mehr als vier Millionen Dollar in die Hand nehmen.